Hallo zusammen, heute möchte ich euch gerne ein kleines Weihnachtsgesteck zeigen, auf einer Baumrinde mit einer Amaryllis, das ist eine gewachste Amaryllis, ein Teelicht, dazu braucht man dann ein bisschen Moos, Zapfen, einen schönen vergrünten Zweig, ein paar Blätter, ein bisschen Früchte, Kiefernadeln, auch ein Kiefernzweig habe ich noch da und ein bisschen Bucheckernzweige oder Essfrüchte, Teelicht habe ich schon gesagt, ja, das war's. Ich habe als Unterlage eine Wirkenrinde gewählt, da könnt ihr natürlich auch ein kleines Brett nehmen oder ein Tablett oder so, also das ist egal, es geht nur um die Unterlage. Dann habe ich hier drei kleinere Rindenstücke, die ich dann so ineinander schiebe auf diesem, auf dieser Birkenrinde. Eine durchgehende Rinde wäre natürlich besser, wenn ihr da was findet, sieht das natürlich besser aus, aber ich habe jetzt diese drei mal zusammen genommen und dann habe ich jetzt ein bisschen Moos, das teile ich dann auch so in drei Teile auf und dann habe ich diese Amaryllis, die ist gewachst, dann braucht ihr auch nicht so viel Wasser, das ist ganz vorteilhaft, weil wir da ja nicht so viel mit Wasser kleckern können, sonst läuft der Tisch voll. Das kleine Windlicht, das baue ich jetzt auch da mit ein, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Dann habe ich hier so einen schönen Ast, der ist ein bisschen bemoost, klemme ich da so mit ein, so dass das Windlicht natürlich frei ist, dass da kein Zweig in das Licht reinragt und ein bisschen Kiefer und Zweige, diese Seitenkiefer ist immer sehr schön für diese weihnachtlichen Dekorationen. Den schiebe ich hier so durch, dass die Zweige, die Seitentriebe auch ein bisschen darüber ranken und die Amaryllis ein bisschen umspielen. Dann habe ich hier so kleine Fichtenzapfen, die ich einfach so dazwischen reinlege. Die können natürlich auch alles andere als Schmuck nehmen, was ihr halt zu Hause habt. Da können auch ein paar Glaskugeln rein, aber ich möchte es jetzt nur so ganz natürlich lassen. Und so kleine Äpfelchen, das sind die kleinen Zieräpfel, die kriegt ihr sicher auf dem Wochenmarkt oder in eurem Blumenladen gibt es die, auch so als kleine Portion zu kaufen oder einen ganzen Ast. Die lege ich auch so zwischen rein, dass das Rot hier nochmal aufgenommen wird. Und auch diese Buchäckerfruchtstände. Die mag ich immer besonders gern, die Buchäcker. Wenn es dann warm wird, dann gehen die auch auf. Dann öffnen sich einfach diese trockenen Fruchtblätter. Und es ist immer noch ein schöner Schmuck. Aber wie gesagt, da könnt ihr natürlich auch das reinlegen, was ihr daheim habt. Und dann noch ein paar trockene Blätter dazu. So ein trockenes Blatt, das ist immer sehr schön in so einem Arrangement, weil es dann doch ein bisschen Herbst zeigt und ein bisschen Winter. Die beschneiten Zapfen hier, die zeigen uns den Winter schon ein bisschen dem Voraus an. Und jetzt stecke ich noch ein paar Kiefernadeln dazu, so ein paar lange. Die bringen noch ein bisschen Elevanz rein. Aber immer schauen, dass das Glas mit der Kerze immer frei steht, dass da also nichts anbrennen kann. Das ist immer sehr gefährlich, mit frischen Kerzen zu arbeiten. Das klemmt man einfach so in diese Rände rein. Und dann kann man das natürlich auch ganz schön vom Tisch wegnehmen oder hinstellen, wenn man einen anderen Platz dafür haben will. Wenn das dann so dazwischen klemmt, dann hält das ganz gut. Jetzt haben wir unseren weihnachtlichen Schmuck schon ganz schön gefüllt. Jetzt drücke ich euch das Ganze mal um. So könnt ihr das gut anschauen. Ja, ich hoffe das hat euch gefallen und dann danke ich euch ganz herzlich und tschüss bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.